So, es ist schon mal wieder Zeit für unsere Online-Bühne. Wer unseren Spielplan verfolgt, finden Sie auf der Homepage bei uns ganz unten den Spielplan der Online-Bühne. Zwei Veranstaltungen haben wir im November. Am 12. haben wir Klötriges vom Klabautermamm. Keine Bange, ich sehe es auch. Klötriges vom Klabautermann ist für Große, also für hier, hier und hier. Mit dem Programm werden wir unterwegs in Cuxhaven und umzu, aber auch in Bremen. Und Sie sehen am 12. eine spezielle Online-Forschung. Und die zweite Veranstaltung ist ohne mich. Die zweite Veranstaltung für unsere Online-Bühne am 18. Da haben wir zu Gast den Bergmann von Hurelberg. Und der hat einen ganz besonderen Vortrag. Den wird er auch ausnahmsweise in voller Länge halten. Das heißt, den können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Also das schon mal für nächste Woche. So ein bisschen so, wie heißt das heute so, save the date.